Die Bodenkartierung ist ein immer wichtiger werdender Themenbereich. Wir haben den neuen Sachplan-Fuchtfolgeflächen vom Bund. Dadurch sind viele Kantone angewiesen, dass sie neue Bodenkarten erstellen. Gleichzeitig wird die nationale Bodenkartierung geplant. Ab 2029, wenn das startet, braucht es viele neue Fachleute. In der CAS Bodenkartierung wird die Bodenansprache allgemein, sprich die Ansprache von Bodenprofilen und von Handbohrungen, und dann spezifisch das Kartierhandwerk trainiert. Der CAS besteht aus drei Modulen. Im Modul 1 geht es vor allem um die Bodenprofilansprache, im Modul 2 wird das Kartierhandwerk trainiert und im Modul 3 machen die Teilnehmenden eine selbständige Arbeit, die sie 10 Hektar unter Begleitung eines Experten kartieren. Nach dem Kurs ist man versiert in der Bodenprofileansprache und in der Ansprache von Bohrungen und man hat die Möglichkeit, einen guten Einstieg in die Bodenkartierungsbranche zu machen. Der Kurs richtet sich an Personen mit bodenkundlicher Vorkenntnis. Das sind vor allem Leute aus Bodenbüros oder Ämtern, aber können natürlich auch direkte Studienabgängerinnen sein. Wenn Sie sich für das spannende Thema Bodenkartierung interessieren, dann würde es uns sehr freuen, wenn Sie sich für den Kurs anmelden würden. oder die Bodenkartierungsbranche oder die Bodenkartierungsbranche Vielen Dank.